Bestimmte Integrale, Aufgabe 4. Herzlich willkommen bei Mathe-Metrik. Die Aufgabe lautet wieder, berechne das folgende Integral. Integral von 6x hoch 3 minus 3x² dx in den Grenzen von 0 bis 1,5. Tja, es kann also auch so sein, dass eine Grenze durch einen Bruch dargestellt wird. Also wir halt quasi so ein Intervall haben, das von 0 bis 1,5 läuft. Das geht voll klar. Also die Grenzen, das können alle möglichen reellen Zahlen sein. Wir wenden wieder den Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung an. So würde ich einfach immer starten. Wenn du so ein bestimmtes Integral berechnen möchtest, würde ich darunter einfach aufschreiben, Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung. Kann man auch abkürzen. Und dann würde ich diesen Hauptsatz eben hier formulieren. Integral f von x dx in den Grenzen von a bis b ist gleich Groß-F von b minus Groß-F von a. Das sind quasi meine ersten beiden Zeilen, die ich hier formuliere. Dann wende ich Step 1 an. Bilde eine Stammfunktion. Wir wollen hier also von dieser Funktion eine Stammfunktion bilden. Das machen wir wieder, indem wir Integrationsregeln anwenden. Wir gehen hier von der 3 ausgehend 1 nach oben. Dann haben wir hier x hoch 4. Und die 4 hier, die schreiben wir in den Nenner. Dann haben wir 6 Viertel mal x hoch 4. Wenn wir ableiten würden, würde sich, wenn die 4 nach vorne kommt, die würde sich dann wegkürzen, hätten wir 6 durch 4 mal 4 ist 6. Oben im Exponenten 1er weniger, hätten wir 6 mal x hoch 3, wäre genau dieser Ausdruck hier. Dann haben wir minus 3x², wollen wir auch integrieren. Beim Exponenten gehen wir wieder 1 hoch. 2 plus 1 ist 3. Und die 3 hier kommt dann in den Nenner. Dann haben wir 3 Drittel mal x hoch 3. 3 Drittel kürzt sich raus zu 1. Und wenn wir ableiten würden, hätten wir dann, naja, die 3 würde wieder nach vorn kommen. Dann hätten wir 3, weil 3 kürzen sich ja. 1 mal 3 ist wieder 3. Mal x hoch oben einer weniger. 3 minus 1 wäre wieder 2. Hätten wir also minus 3x². So würde das hier funktionieren. Wenn das zu schnell war, pausiere gerne das Video noch einmal und versuche das selber einmal nachzuvollziehen, was ich hier gemacht habe. Dann schreiben wir das in eckige Klammern und schreiben hier noch die Grenzen ran. 0 und 1 halb. In Zeile 6 habe ich hier noch ein bisschen rumgekürzt. Ich habe aus 6 Viertel 3 halbe gemacht und aus 3 Drittel einfach 1. Ist das Ding hier ein bisschen handlicher. Und jetzt sind wir ready für Step 2. Step 2 heißt ja, bilde die Differenz Groß F von B minus Groß F von A. Warum Groß F von B minus Groß F von A? Das ist einfach Teil des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung. Nice. Wir setzen also die Grenzen ein. Das ist mathematisch nicht so schön formuliert, aber praktisch ist es genau das, was wir hier tun. Wir setzen zunächst b ein. Das ist hier 1 halb. Setzen wir hier ein für 1 halb hoch 4. Dann haben wir 3 halbe mal 1 halb hoch 4 minus 1 halb hoch 3. Minus 1 halb hoch 3. Minus, und jetzt setzen wir 0 ein. 3 halbe mal 0 hoch 4 minus 0 hoch 3. 3 halbe mal 0 hoch 4 minus 0 hoch 3. Okay. So weit, so gut. Eingesetzt haben wir. Als nächstes vereinfachen wir das noch ein bisschen. Wir wollen ja den Integralwert wirklich ausrechnen. Wir haben hier 1 halb hoch 4. 1 halb hoch 4, das ist ein Sechzehntel. 1 mal 1 mal 1 mal 1 ist 1. Easy. Und im Nenner haben wir 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, mal 2 ist 16. Minus 1 halb hoch 3 ist dann einfach ein Achtel. Und hier hinten, dieser Ausdruck, der wird zu 0, weil 3 halbe mal 0 hoch 4 minus 0 hoch 3 ist einfach 0. Okay. 3 halbe mal 1 sechzehntel minus 1 Achtel. 3 halbe mal 1 sechzehntel sind 3 zweiunddreißigstel. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. 3 mal 1 ist 3. 2 mal 16 ist 32. Und 1 Achtel bringe ich direkt auf 2unddreißigstel, indem ich erweitere mit 4. Dann habe ich 4 zweiunddreißigstel und jetzt rechne ich 3 zweiunddreißigstel minus 4 zweiunddreißigstel. Und das ist minus 1 zweiunddreißigstel. Das bestimmte Integral, das wir hier berechnen wollten, hat also einen Wert von minus 1 zweiunddreißigstel. Okay. Schön merken, das bestimmte Integral ist eine Zahl. Und diese Zahl entspricht der Flächenbilanz zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse im Intervall von a bis b. Flächenbilanz zwischen dem Graphen und der x-Achse in a bis b. Das auf jeden Fall merken. Das bestimmte Integral ist eine Flächenbilanz und somit eine Zahl. Das bestimmte Integral ist eine Zahl. Okay. Wir sehen hier den Graphen der Funktion in rot dargestellt. Das ist der Graph der Funktion. Und wir suchen ja nach der Flächenbilanz zwischen dem Graphen der Funktion und der x-Achse im Intervall von 0 bis 1,5. Und das ist ja 0,5. Wer mir sagt, das bestimmte Integral hier einen negativen Wert. Das Flächenstück liegt also unterhalb der x-Achse und hat eine Größe von einer zweiunddreißigstel Flächeneinheit. Das wäre sozusagen das Flächenstück. Das bestimmte Integral hat aber einen Wert von minus einem zweiunddreißigstel, weil das Ding liegt ja unter der x-Achse. So. Jetzt können wir noch ein bisschen rauszoomen, um uns das hier mal anzusehen. Hier kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen. Denn dieses Kästchen hier, das hat eine Größe von einer Flächeneinheit. Denn wir haben quasi hier eine Flächeneinheit, eine Längeneinheit und hier eine Längeneinheit. Und hier haben wir so ein Quadrat. Eine Längeneinheit mal einer Längeneinheit. Das ist eine Flächeneinheit. Und in dieses Kästchen passen eben ganz genau 32 dieser gekrümmten Flächenstücken hier rein. Wenn du Bock hast, zieh dir gerne die ganze Playlist zum Thema bestimmte Integrale rein. Dann wirst du auf jeden Fall besser darin. Naja, und darin möchte ich dich ja unterstützen. Ich möchte dich darin unterstützen, besser zu werden in Mathe. Und ich freue mich, wenn du da mit am Start bist. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Lass es dir gut gehen. Ciao und tschüss. Dein Rick.